... und der Vordergrund für die Rechte sind der Türkei. Und nach der Identifizierung geht es dann weiter unter uns durch, in die Formenraum, hinter uns, wenn man vielleicht das kommt. Da ist die Lüge, dann ist die Türkei. Wir können uns erinnern, wir haben 10 Kisten ausgepackt, also müssen wir auch wieder 10 einpacken. Und das geschieht dort drüben, wo diese 4 Türkei dort hinten sind, wo der König vorstellt. Die beiden Türkei auf dieser Seite ist der Kistenauspacker und die dort hinter ist der Kistenauspacker. Entweder über 20 Flaschen halbe Liter oder eben 24 Flaschen 0,33 Liter. Und der ganze Ablauf, also beim Auspacken der Kisten, durch die ganze Anlage hindurch bis zum Einpacken. Das dauert eine Dreiviertelstunde. Und da sind auf beiden Seiten dann 8 Mitarbeiter Fachkräfte beschäftigt. Sie sehen ja, was in dem Ries im Saal los ist. Das sind so zwei, drei Mitarbeiter und eine vorgendeine Wachmaschine. Das ist unerschössig. Und das ist noch nicht möglich. Mal allee dazu haben wir aber auch noch eine Wasserzuganlage und die drückt auch noch einmal 240 Wassern der Stunde ab. Egal ob 30 oder 50 Minuten. Wir haben die Umstellung von einem Produkt aufs andere. Man kann ja immer nur entweder Öl abfüllen. Die lief so bei zwei bis drei Stunden. Warum dieser Unterschied? Ich sag ja schon, im Weg und Fang sind ja nur 0,3 Prozent Alkohol. Die Maschine auch. Nur die maschieren eigentlich weiter, wieder Richtung Waschmaschine, stellen sich hinten an und werden dann noch einmal warten. Solange wird sie ab. Ja, irgendwann wird der Problem das da auch malen. Ja, und dann geht es schon weiter in dieses Rondell, was sich dort dreht. Und das ist heute unsere Flaschenabfüllanlage. Im Museum habe ich es ja schon erklärt, warum das so ist. Denn erst wird jede Flasche mit Kohlenzolle befüllt und dann wird hier eingefüllt und dann wird verkorkt. Und das kann die Maschine bei dieser Geschwindigkeit 60 Prozent Mal in der Stunde. Kann aber auch wahnsinnig kleine Panne dazwischen kommen. Ich glaube, ihr habt das bemerkt. Hier ist so ein bisschen was umgefallen. Hallo, Herr Höckner. Wie meinen wir denn? Im Museum habe ich es ja schon erklärt, warum das so ist. Denn erst wird jede Flasche mit Kohlenzolle gefüllt, dann wird hier eingefüllt und dann wird verkorkt. Wie gesagt, 60.000 Mal in der Stunde. Im Museum, können Sie sich erinnern, unter dieser Abfüllanlage waren acht Flaschen einmal im Kreis. In diesem Kreis sind jetzt immer 144 Flaschen. Und die werden in 8,6 Sekunden abgefüllt und verkorkt. Und wenn man das... Es funktioniert das, ne? Haben wir alle mit? Ja, wir befinden uns hier in der Flaschenabfüllanlage und da unterscheidet man grundsätzlich zwischen dem Nassteil vor uns und dem Frockenteil hinter. Und in diesem Frockenteil, da werden dann 10 Kisten auf einmal von Flaschen entleert. Die Flaschen stellt man auf eine Förderbahn und die Kisten würden Ölmarschieren würden eine Kisten-Wachmaschine auf. Die werden Frockenteil gewaschen. Die flaschen, wie gesagt, über ein Förderbahn in diesem...